Bill Murray als Zombie. Das gibt es zu sehen dieses Jahr beim Filmfestival von Cannes. Dieser Film The Dead Don't Die wird das Filmfestival eröffnen. Heute ist bekannt gegeben worden, was es sonst noch alles im Wettbewerb zu sehen geben wird. Patrick Welinski, der kennt die Filme, die heute vorgestellt worden sind. Und Herr Welinski, insgesamt 19 verschiedene Filme. Was hat Sie überrascht? Ja, vor allem, ich will gar nicht so negativ anfangen, aber die größte Überraschung war, dass wenige Überraschungen im Wettbewerb sind. Es sind so viele alte, bekannte und die üblichen Verdächtigen dabei. Also neue Werke von Pedro Almodovar, neue Filme auch von den Gebrüdern Darden aus Belgien. Wir haben den neuen Film von Terrence Malick. Wir haben auch einen neuen Film von Ken Loach. Das sind alles Regisseure, die einfach in der DNA dieses Festivals drin sind. Und natürlich möchte ich die neuen Werke dieser großen Filmemacher sehen. Aber die andere Seite in mir, der andere Cinephile in mir, möchte auch auf Entdeckungsreise gehen. Möchte auch mal Regisseure dort entdecken und dann in die Welt rausschreien. Leute, hier ist ein Filmemacher, der wird sich auch in dieses Pantheon irgendwann mal anreihen oder eine Filmemacherin. Davon finde ich im aktuellen Programm eher wenig. Da geht es eher so in die Richtung Regisseure, die mal verschwunden sind und jetzt wieder auftauchen. Also Eli Suleiman aus Palästina, der immer sehr schwarzhumorig auf diesen Nahostkonflikt blickt. Er ist wieder da. Also eher in die Richtung muss ich dann meine Bedürfnisse erfüllen. Was ich aber sehr interessant finde, im offiziellen Programm gibt es 13 Regisseurinnen. Das ist ja immer der große Vorwurf an Cannes. Wo sind die Frauen? Fünf davon im offiziellen Wettbewerb im Rennen um die Goldene Palme. Das ist für Cannes schon ein Erfolg und das freut mich natürlich auch. Eine davon ist die Österreicherin Jessica Hausner. Die ist auch zum ersten Mal dabei. Also das ist eine der Neuheiten, für die sie sich so begeistern. Das ist ein deutschsprachiges Element, aber Filme aus Deutschland gibt es nicht. Nein, es gibt in der Spezialreihe einen neuen Dokumentarfilm von Werner Herzog. Er ist zumindest da. Er ist nach Japan gefahren, wird dort eine ganz besondere Werner Herzogsche Familienkonstellation begleiten. Mehr wissen wir noch nicht. Aber man muss sagen, wenn zum Beispiel der neue Terrence Malick-Film seine Weltpremiere feiern wird, A Hidden Life, das ist eine Lebensgeschichte des österreichischen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstetter. Und wenn diese Premiere stattfindet, haben wir auf dem roten Teppich einen deutschen Schauspielerquotienten von 99 Prozent. Denn es spielen wohl alle deutschsprachigen Schauspieler mit August Diehl, Jürgen Prochnow, Martin Wuttke, Ulrich Mattes, Franz Rogowski, Sophie Reuss und wohl auch noch der kürzlich verstorbene Bruno Gantz. Also das ist das große deutschsprachige Highlight an einem Wettbewerb. Da fehlt dann tatsächlich keiner auf dieser Liste. Es ist ja auch spekuliert worden über einen neuen Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Auf den wird ja sehnsüchtig gewartet. Und da ist auch heute nachgefragt worden, aber wo ist er denn jetzt, dieser Film? Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit Quentin Tarantino, weil er so ein Perfektionist ist und er hat immer die höchsten Ansprüche an sich. Und er hat diesen interessanten Film, der in den 70er Jahren in Hollywood spielt und auch ganz berühmte Hollywood-Fälle nochmal aufarbeitet mit natürlich vielen bekannten Schauspielern wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Er hat das auf 35 Millimeter gedreht, also auf echten Filmmaterial. Und das schneidet man nun eben langsamer und vorsichtiger als digitales Material. Und eigentlich sitzt Quentin Tarantino jetzt in Los Angeles und schneidet wie wild und schwitzt, weil er unbedingt den Film in Cannes zeigen möchte. Kann aber sein, dass er es nicht schafft. Und Thierry Frémont, der künstlerische Leiter von Cannes, hat gesagt, er hat schon Teile des Films gesehen. Ihm wäre es aber schon lieb, das ganze Werk zu sehen, bevor er es dann offiziell einlädt. Es steht aber natürlich noch nicht aus, dass er diesen Film nachnominiert, was durchaus sein kann. Also da könnte auch noch eine Überraschung auf uns warten. Nicht überraschend ist dagegen, wenn wir bei Cannes sind, dass Netflix nicht dabei ist. Also Streaming wird es nicht geben. Bleibt Cannes da seiner konservativen Linie weiter treu? Ist das noch zeitgemäß? Es ist nicht zeitgemäß, aber sie bleiben sich ihrer konservativen Linie treu, weil es da ja auch um diese Vertriebsrechte geht. Also in Frankreich will jeden Film, der in Cannes lief, ins Kino in Frankreich bringen. Und Netflix stellt sich dagegen. Da gibt es wohl im Hintergrund schon Gespräche mit Netflix. Die sind aber noch nicht ansatzweise so weit, dass man sagen kann, wir zeigen Netflix-Filme. Thierry Frémont hat noch was Interessantes gesagt. Er hat sich nämlich an die Seite von Steven Spielberg und Jean-Luc Godard gestellt, die in der letzten Zeit ganz laut gesagt haben, Netflix, das macht dem Kino zu große Konkurrenz. Wir müssen mehr Werbung fürs Kino machen. Und Frémont versteht Cannes als auch sehr konservativen Ort fürs Kino. Das sehen wir auch daran, dass auf dem Plakat zur aktuellen Ausgabe natürlich die kürzlich verstorbene Agnès Vardar ist. Oder die goldene Ehrenpalme bekommt Alain Delon, der französische Schauspieler der 60er, 70er Jahre. Der nichts mit Streaming am Hut hat. Die nichts mit Streaming am Hut haben. Also man möchte schon so ein anderes Bildermachen hochhalten. Das finde ich irgendwie intelligent und irgendwie gut und nett und auch nostalgisch. Aber es fehlt eben das andere Kino. Und man kann es einfach nicht ignorieren. Am Ende freut sich Venedig, weil sie eben die ganzen Netflix-Filme zeigen werden. Patrick Koweninski, über den diesjährigen Wettbewerb beim Filmfestival von Cannes kann insgesamt 19 Filme konkurrieren um die goldene Palme. Vielen Dank. Bill Murray als Zombie. Das gibt es zu sehen dieses Jahr beim Filmfestival von Cannes. Dieser Film The Dead Don't Die wird das Filmfestival eröffnen. Heute ist bekannt gegeben worden, was es sonst noch alles im Wettbewerb zu sehen geben wird. Patrick Koweninski, der kennt die Filme, die heute vorgestellt worden sind. Herr Koweninski, insgesamt 19 verschiedene Filme. Was hat Sie überrascht? Ja, vor allem, ich will gar nicht so negativ anfangen, aber die größte Überraschung war, dass wenige Überraschungen im Wettbewerb sind. Es sind so viele alte, bekannte und die üblichen Verdächtigen dabei. Also neue Werke von Pedro Almodovar, neue Filme auch von den Gebrüdern Dardenne aus Belgien. Wir haben den neuen Film von Terrence Malick. Wir haben auch einen neuen Film von Ken Loach. Das sind alles Regisseure, die einfach in der DNA dieses Festivals drin sind. Und natürlich möchte ich die neuen Werke dieser großen Filmemacher sehen. Aber die andere Seite in mir, der andere Cinephile in mir möchte auch auf Entdeckungsreise gehen, möchte auch mal Regisseure dort entdecken und dann in die Welt rausschreien. Leute, hier ist ein Filmemacher, der wird sich auch in dieses Pantheon irgendwann mal anreihen oder eine Filmemacherin. Davon finde ich im aktuellen Programm eher wenig. Da geht es eher so in die Richtung Regisseure, die mal verschwunden sind und jetzt wieder auftauchen. Also Eli Suleiman aus Palästina, der immer sehr schwarzhumorig auf diesen Nahostkonflikt blickt. Er ist wieder da. Also eher in die Richtung muss ich dann meine Bedürfnisse erfüllen. Was ich aber sehr interessant finde, im offiziellen Programm gibt es 13 Regisseurinnen, das ist ja immer der große Vorwurf an Cannes, wo sind die Frauen. Fünf davon im offiziellen Wettbewerb im Rennen um die Goldene Palme. Das ist für Cannes schon ein Erfolg und das freut mich natürlich auch. Eine davon ist die Österreicherin Jessica Hausner, die ist auch zum ersten Mal dabei. Also das ist eine der Neuheiten, für die sie sich so begeistern. Das ist ein deutschsprachiges Element, aber Filme aus Deutschland gibt es nicht. Nein, es gibt in der Spezialreihe einen neuen Dokumentarfilm von Werner Herzog. Er ist zumindest da, er ist nach Japan gefahren, wird dort eine ganz besondere werner-herzogsche Familienkonstellation begleiten. Mehr wissen wir noch nicht. Aber man muss sagen, wenn zum Beispiel der neue Terrence Malick-Film seine Weltpremiere feiern wird, A Hidden Life. Das ist eine Lebensgeschichte des österreichischen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstetter. Und wenn diese Premiere stattfindet, haben wir auf dem roten Teppich einen deutschen Schauspielerquotienten von 99 Prozent. Denn es spielen wohl alle deutschsprachigen Schauspieler mit August Diehl, Jürgen Prochnow, Martin Wuttke, Ulrich Mattes, Franz Rogowski, Sophie Reuss und wohl auch noch der kürzlich verstorbene Bruno Gans. Also das ist das große deutschsprachige Highlight an einem Wettbewerb. Und da fehlt dann tatsächlich keiner auf dieser Liste. Es ist ja auch spekuliert worden über einen neuen Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Auf den wird ja sehnsüchtig gewartet. Und da ist auch heute nachgefragt worden, aber wo ist er denn jetzt, dieser Film? Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit Quentin Tarantino, weil er so ein Perfektionist ist und er hat immer die höchsten Ansprüche an sich. Und er hat diesen interessanten Film, der in den 70er Jahren in Hollywood spielt und auch ganz berühmte Hollywood-Fälle nochmal aufarbeitet mit natürlich vielen bekannten Schauspielern wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Er hat das auf 35 Millimeter gedreht, also auf echten Filmmaterial. Und da schneidet man nun eben langsamer und vorsichtiger als digitales Material. Und eigentlich sitzt Quentin Tarantino jetzt in Los Angeles und schneidet wie wild und schwitzt, weil er unbedingt den Film in Cannes zeigen möchte. Kann aber sein, dass er es nicht schafft. Und Thierry Frémont, der künstlerische Leiter von Cannes, hat gesagt, er hat schon Teile des Films gesehen. Ihm wäre es aber schon lieb, das ganze Werk zu sehen, bevor er es dann offiziell einlädt. Es steht aber natürlich noch nicht aus, dass er diesen Film nachnominiert, was durchaus sein kann. Also da könnte auch noch eine Überraschung auf uns warten. Nicht überraschend ist dagegen, wenn wir bei Cannes sind, dass Netflix nicht dabei ist. Also Streaming wird es nicht geben. Bleibt Cannes da seiner konservativen Linie weiter treu? Ist das noch zeitgemäß? Es ist nicht zeitgemäß, aber sie bleiben sich ihrer konservativen Linie treu, weil es da ja auch um diese Vertriebsrechte geht. Also in Frankreich will jeden Film, der in Cannes lief, ins Kino in Frankreich bringen. Und Netflix stellt sich dagegen. Da gibt es wohl im Hintergrund schon Gespräche mit Netflix. Die sind aber noch nicht ansatzweise so weit, dass man sagen kann, wir zeigen Netflix-Filme. Thierry Frémont hat noch was Interessantes gesagt. Er hat sich nämlich an die Seite...